Hallo und herzlich willkommen bei SolidCAM Professor. In diesem Beitrag aus unserer Serie Neue Funktionen in SolidCAM 2021 stelle ich Ihnen das neue Modul Kantenbrechen in der Vierachsvariante vor. Das Modul Kantenbrechen kann in der Vierachsvariante auch sehr gut an Drehfräsbauteilen wie an diesem angewandt werden. Alle scharfen Körperkanten dieses Bauteiles möchte ich nun mit dem Kantenbrechen entgraten. Hierfür füge ich diesen Job hinzu, Kantenbrechen. Die Bearbeitungsflächen sind wieder unser komplettes Fertigteil, was hier blau markiert zu sehen ist. Die Kantendefinition kann komplett automatisch, aber auch manuell vom Benutzer durchgeführt werden. Es können Kanten von der Bearbeitung ausgenommen werden und es kann das Ganze ins Set begrenzt werden. Als Werkzeug füge ich dem Ganzen einen Kopierfräser, Kugelfräser, Durchmesser 4 hinzu. In den Werkzeugweg-Parametern kann ich die Breite meiner Phase einstellen. Das Ganze stelle ich mal auf zwei Zehntel ein und in der Werkzeugachsenführung stelle ich das Ausgabeformat auf vier Achsen und die Rotationsachse in unserem Falle ist Z, wie hier zu sehen. Das Ganze wird dann mit OK bestätigt. In der Registerkarte Link stelle ich das Ganze auf den Typ Blend Spline mit Rückzug. Damit wird mit einem schönen Blend Spline auf die nächste Ebene zurückgezogen. In der Kollisionskontrolle habe ich die Möglichkeit, zum Beispiel ein Spannmittel hier hinzuzufügen, was für die Kollisionskontrolle genutzt werden kann. In den Ebenen stelle ich dann noch zum Schluss einen benutzerdefinierten Radius ein, auf dem die Werkzeugbahnen zurückziehen sollen. Das Ganze mache ich mal hier Durchmesser Radius 75. Danach wird von mir dieser Job gespeichert und berechnet. Sie sehen nach der Berechnung die Werkzeugbahnen an dem Modell und schauen wir uns dieses Entgraten mal etwas genauer in der Simulation Solid Verify an. Wir sehen unser Bauteil eingespannt im Spannmittel und wenn ich nun die Simulation starte, sehen wir, wie mit einem Kugelfräser alle scharfen Kanten dieses Bauteiles nach und nach gebrochen entgratet werden. Komplett kollisionsfrei zum Bauteil und auch im hinteren Teil zum Spannmittel. Es werden nur die Bereiche zwischen dem Spannmittel entgratet. Natürlich kann ich diese Körperkante auch von der Bearbeitung ausschließen. Dafür gehe ich nochmal zurück in die Registerkarte Geometrie, wähle ausgenommene Kanten und wähle zum Beispiel mit der Funktion Multikette die hintere Fläche einmal an und dadurch ist auch die Kante hier in ausgenommene Kanten eingebracht. Wenn ich das Ganze jetzt nochmal speichere und berechne, werden Sie sehen, dass die Bearbeitung an dieser Fläche, an dieser Körperkante nicht mehr ausgeführt wird. Und Sie sehen, nach der erneuten Berechnung ist die Werkzeugbahn an der hinteren Fläche nicht mehr durchgeführt worden. Schauen wir uns die Simulation nun abschließend noch an in der Maschinensimulation. Hier sehen wir unsere Drehfräsmaschine, das Bauteil eingespannt in der Hauptspindel und mit der B-Achse, in diesem Falle, wird unser Bauteil komplett entgratet. Hier sehen wir unser Bauteil, wir sehen unser Werkzeug und wenn ich nun die Simulation starte, sehen wir, wie mit diesem Werkzeug alle Körperkanten gebrochen entgratet werden. Komplett kollisionsfrei. Für weitere Informationen und SolidCAM Professorbeiträge besuchen Sie unsere Webseite www.solidcam.de oder den YouTube-Kanal von SolidCAM Deutschland.